Ein herzliches Willkommen zurück in WoW. Wir sind immer noch in der Ehrenfest, in der Scherbenwelt. Ich freue mich immer noch wie ein kleines Kind, dass ich hier sein darf. Dass wir es endlich geschafft haben. So, ähm... Ich mach grad mal gucken. Ne, Totem. Wir sind, glaub ich, auf Ele jetzt, ne? Ja. Okay. Ich muss mal eben kurz was umstellen. Und zwar... Nein, 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 da. Da ist ein bisschen höher ziehen, sonst hört ihr da nix. So. So, besser. Ähm... Kann mal gucken, wo wir hin müssen. Dahin, dahin und dahin. Die Dings zerstören, das machen wir später. Wir geben erst mal das da ab. Mal gucken. Ähm, das ist irgendwo da hinten. Doa. Gucken wir mal, dass wir noch ein paar Teile kriegen. Und dann, äh... Geben wir mal ins Bollwerk. Versuchen wir zumindest mal ins Bollwerk zu kommen, dann. So. Ja. Was sollen wir tun? Wir sollen vier Flammenschürerwickel, sechs Hörlische Kriegshetzer und einen Schreckensrufer töten. Was kriegen wir dafür? Ähm... Nix. Ja, das ist nicht sehr erfreulich. Und das war alles, was ich hier kriege? Ach, das ist ja übel. Na gut. Gucken wir mal. Die da muss ich töten. Versuchen wir es mal. Das war ja einfach. Hallo. Die dicken Dinger sind doch ein bisschen schwieriger. Glaube ich. Sicher bin ich mir aber nicht. So, die haben wir weg. Nehmen wir den noch weg. Ja. Ey. Das ist hinterhältig. Ähm, ich hab gar keine Heilung hier. Auf den Heal-Bot. So, dann können wir eigentlich den da auch gleich mitmachen. Hm. Der war ja mal einfach... Okay, der ist weg. Ah, da hinten ist ein Kräuterchen. Das holen wir uns natürlich. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Obwohl ich Alchemie ja noch nachskillen muss. Das werde ich jetzt dann aber bis zur nächsten Aufnahme mal machen. Kräuterchen. Teufelsblüte kann ich mir mal rausziehen, die kann man benutzen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Ach, kann ich auch erst ab Stufe 60, okay. Das war immer so, zum Tanken waren die ganz praktisch gewesen. Dann den noch. Naja, machen wir halt gleich beide. Was soll's, aber den anderen will ich eigentlich nicht normal machen. Ach, zu spät. Naja, gibt alles wie Pö, ne? Muss man positiv sehen. So, hab ich jetzt hier alle fertig? Ja, dann können wir die eigentlich noch machen. Diese verfluchte Talisman. Wir reiten einfach jetzt da hinten mal durch. Lass mich zufrieden. Ach, genau. Ich erinnere mich. Hier gibt's noch eine Quest. Hier müssen wir noch was abgeben dann. Die verfluchten Talisman. Und dann rennt man nämlich wieder zurück, wenn man die Quest vorher nicht holt. Ähm, benutzt das Rauchsignal. Jawohl, das tun wir. Und was bekommen wir dafür? Wieder mal nüscht. Ach, das ist doch echt zum Schreien. Ähm, nee. Oh Gott, sind hier viele Eber. Die brauche ich doch jetzt gar nicht. Die da brauche ich. Und den da runterziehen. Da hinten kommt der Teufelshäscher. Da ist er. Die Sau. So, den Talisman haben wir. Das gehen wir dann auch gleich ab. Denn da bekommen wir dann, glaube ich, noch eine Quest für. So. Was? Achso, nee, das ist das falsche. Huch. Zu nah am Feuer. Ähm, wo ist denn das? Ach, hier ist das. Okay, dann nehmen wir das mal da raus. So. Ich weiß gar nicht, wo läuft der überhaupt lang. Das blöde Viech da hinten lang. Okay. So, die mal abgeben. Das, ich glaube, da müssten wir noch eine Folge kriegen. Wir müssen nämlich da oben noch irgendwo ins Lager rein. Kann man das nicht alles zusammen machen? Ja. Bringt zwölf vor fluchte Talismanne zu Corporal Eisengrad. Sonst kriege ich nix? Hm. Lohnt sich hier gar nicht richtig. So, dann war das der Turm hier. Der brennt schon. Hier scheint schon jemand zu sein. Ah, da ist ein Kräuterchen. Ein Kräuterchen. Aber jetzt müssen wir uns hier Platz machen. Na, fall um. Wo ist denn das Kräuter? Irgendwo da hinten wahrscheinlich. Da steht's. Mittendrinne. Erg. Ich seh den Typen nicht. Nicht im Süchtfeld. So, den haben wir auch. Dann nehmen wir das Kräuterchen mit. Signalfeuer. Kurz heilen. Und ab geht's. Jetzt müssen wir noch den da machen. Und, äh, den da, glaube ich. Genau. Genau. Also, mittlerweile hau ich da auch ganz schön Schaden raus. Muss ich ja mal so feststellen. Okay. Wir haben jetzt zwei Talismane. Das ist echt wenig. Und hier sind auch irgendwie gar keine Mops. Da ist noch einer. Den machen wir da noch weg. Was? War das nicht hier? Achso, das sind nur die mit Dach. Eins, zwei, drei. Waren das nur drei? Ähm, ähm. Mag sein. Gucken wir gleich noch mal nach. Obwohl, das könnte noch draußen noch einer sein. Nein, verdammt. Verschenkt. Ich muss zuerst etwas angesiedern. Ich hab doch was angesiedert. Fick doch nicht so rum. Töne. Hm. Hm. Jetzt machen wir erst das da unten. Äh, den Turm da. Jetzt gehen wir mit den Türmen. Das ist... Die Unerwünschten zerstören. Nee, dies nicht. Z-Gore muss brennen. Ach, nur noch einen Turm. Okay. Gut, dann passt das ja. Dann war doch alles richtig. So, räumen wir hier mal auf. Ich hoffe, wir kriegen dann die Talismane auch zusammen. Obwohl, die werden wir nicht ganz zusammen kriegen. Oh, was ist denn das? Kette, Beweglichkeit, Ausdauer. Hark. Mann, ey. Oh, die habe ich auch gepullt. Hoppla. So, sowas kann passieren. Und, und? Sieben Stück. So, dann schauen wir mal, dass wir hier noch auf dem Rückweg noch ein paar kriegen. Woanders muss ich, glaube ich, hier gar nicht hin. Nee, noch nicht. Ich muss nachher noch da rein. Aber ich weiß jetzt nicht, aufgrund von welcher Quest das die Folge ist. Ob das die nun von dem Talisman ist oder von dem brennt alles nieder. Das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt abgeben gehe und kriege die Folge dann nicht. Deswegen machen wir das jetzt eben fertig. Ich brauche nur noch drei Stück. Sollte jetzt recht schnell gehen. Hoffe ich. Vollum, vollum, vollum. Da kommt noch einer. Den machen wir auch gleich. Müssen wir sowieso. Ähm, das waren drei Talismane. Wunderbar, dann sind wir fertig. Dann, äh, gehen wir eben abgeben. Wir reiten jetzt hier einfach mal durch, in der Hoffnung, dass uns keiner unterhaut. Die sind alle recht hoch. Das könnte also passieren. Ah, nein. Nicht so tief fallen. Das ist ein Kräuterchen. Hallo, Hilfe. Hilfe, die wollen mich alle hauen. Haut die mal. Ja, so ist brav. Das mache ich hier mit diesen Posten eigentlich immer, dass ich die, äh, meine Mobs weghauen lasse. Ah, und? Liegen, ne? Sehr schön. Was kann ich für euch tun? So. Wir enden. Bringt Kriegsherr Morgs zerschmetterte Rüstung zu Corporal Eisengrad. Jawohl. Jetzt haben wir die Folge-Quest. Und das war die tatsächlich von den Talisman. Ähm, nimm, nimm. Nimm, nimm. Scheibenkleister ist das hier. Nehmen wir das, können wir verkaufen. Irgendwo kommt man hier doch auch reparieren, oder? Hallo, kann ich irgendwo reparieren, was verkaufen? Nö, doch hier, würde ich das sagen. Es ging doch irgendwo. Ah, einmal reparieren, bitte. Weg damit. Weg. 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 Okay. Huch. Na. Wo war denn jetzt dieses Kräuter? Ach, verdammt. Egal. Holen wir jetzt dann doch nicht.